moin moin und hallo leute hier sind wir auch wieder mit minecraft schon auf die uhr geschaut und wir haben auch zwei mods beziehungsweise plugins ja mods drauf einmal nehme ich hier der sound mod der kommt der beschreibung und dann noch mal den mal kurz musik lauter ich das sound mod sondern der was mod jetzt bin ich durcheinander haben wir noch ob die fein drauf und hier sollte eigentlich gar alles funktionieren mit der lautstärke mal noch variieren danke scharf sehr nett von dir wo gehen wir denn mal hin das ist jetzt die frage eigentlich ich denke mal wir gehen holz die skeletto drones töten unser kleiner freund lol sterb gleich nein ich bin verreckt möchte wieder schnell runter sei schnell muss da irgendwie gut warum mein schwert ist mein schwert mal alter ihr scheiß skeletto drones typ da ich krieg noch eine krise wenn ich die normal sehen muss ich muss ja normal komm doch her hast du angst oder was angst vor sich selbst schlau sind wir heute auch gewohnt na endlich ist er weg da schippe haben wir es fehlt noch die axt da dann brauche ich noch einmal spitz haben da ist sie auch ein moment so hier ist aber auch weiter nichts oder wir können mal es heute verarbeiten könnten wir uns auch noch mal ein dings bauen äh äh eine treppe bei der ist rumgehampelt nervt mich langsam nämlich statt und denn das okay wie komme ich dann noch mal hoch so 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 nein wow muss ich eh nicht hin so so wie viel Eisen haben wir ihn jetzt oh schön viel muss ich sagen das ist schön viel Eisen aber Treppen kann man noch nicht ausbauen oder kann man da schon da kommen normale Treppen raus gut machen wir ein paar davon so 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 ja das wäre ich jetzt kompliziert das dazu bauen also das hier so 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 dann unten wieder aufsammeln ich weiß nicht wie es nochmal leiser ging dann dann so 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 oder was so eine treppe zu bauen ist nicht leicht könnten wir mal runter gehen und das sind noch von unten vielleicht versuchen hier liegen meine rohstoffe so war das nicht so richtig das war so meine axt das sei immer noch zu laut so das hier wieder abreißen jetzt bauen monster das ist natürlich scheiße aber na gut machen wir dann noch zu ende und dann kann ich mir noch einen neuen block den standard bauen so besser und zu leise ist ich guck nochmal konnte auch irgendwie hier an so einem knopf das leiser stellen im sound von dem mod hinrechte ich mir jetzt da so hin dass es dann passt ich glaube wir machen uns gleich mal wenn das schwer kaputt ist und die spitzhacke aus eisen was mag eisen sowieso lieber und gleich da ein kator wird das wird eh nacht ich hab hunger und nicht zu essen ach ja es wird immer ach du heilige scheiße moment mal was ist denn hier gerade so los moment leute ich muss mich hier erstmal wieder schnell hochbauen ganz schnell hochbauen tag machen und dann tiere töten wegen hungermäßig da erstmal schlafen und dann werde ich denke ich mal auch gleich hier so ein cut hier machen ein cut obwohl einmal speichern weiß ich besser warum ist das denn so ok oh man ganz schnell was zu essen Fuck Das wird jetzt eine Herausforderung Ganz schnell essen Obwohl Nachher kann ich den Hunger zu notieren Mit stillen Aber ich glaube das zieht mir Leben Der ist suboptimal Ist ja nicht irgendwo eine Kuh Ist doch hier irgendwo so eine Kuh Genau Ich darf hier irgendwo runterfallen Das geht noch Das auch Das auch Auch Fuck Scheiße Zu hoch Zu hoch Wie weit geht das Das könnte genau richtig sein Bitte 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 Schön Das haben wir erstmal überlebt Wir müssen aufpassen Dass hier kein Creeper von hinten Oder irgendwo aus einer Richtung kommt Dann sind wir gleich gearscht Da oben war ja unsere Höhle Da oben war ja unsere Höhle Kann man hier sein Kein Tier Gehen mal wieder zurück Gehen mal wieder zurück Ja Was sollen wir denn jetzt machen Ich hab keine Ahnung Ich hab nur noch dieses verrottete Fleisch Ich glaub das zieht Leben Und wenn nicht Und wenn nicht das ist unfassbar in drei parts dreimal gereckt wo sind meine fucking sachen ich brauchte jetzt schnell ich will die wieder haben bevor sie nicht mehr da sind meine sachen ich will die jetzt haben hallo sachen doch hier irgendwo liegen wo bin ich denn längst gelatscht weiß ich eine orientierung glaubt da wird das denn bleiben die sachen länger wort mir mal gesagt glaube ich aber nicht dran trotzdem sind irgendwo hier sein aber wo scheiße man am besten machen cut und dann sehe ich ja wo die sachen sind auf dem video müssen ja irgendwo hier sein ich hoffe ich finde die dann auch hier sind sie nicht vielleicht sind sie ja ich habe dich nicht wo die sind ich war doch schon kurz vor der treppe oder nicht müssten die ja da liegen da habe ich nicht die nicht gesehen wir haben ja schon was verloren da ist ja ich würde sagen wir machen wir hier auch ein cut haben unsere sachen wieder dann bauen wir nächstes mal die treppe zu ende weil ich finde das ist erstmal das wichtigste da ich hier sicher hoch und runter kommen können wir noch das haus ausbauen und dann uns mal bessere sachen quäften also das werde ich auf jeden fall machen wir können weg vorbei wir mal ein paar wissen leveln können und dann hier noch eine mine anlegen werden das werden wir alles machen und das aber erst beim nächsten mal so leute bis zum gleich noch irgendwas brennen derzeit kann man da brennen kann man nicht bis zum nächsten mal bei waschen